Dein Tag, Bruder! Herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die für den PC, Alpha 173 So, ich will da reingucken, weil die haben da oben Solarzellen Vielleicht können wir die abbauen und dann in der neuen Base nutzen Weißt du? Das ist der Plan So, und ich bin dabei Er ist einfach nur dabei, also das ist so wie immer Genau, so kann man das auch sagen So, ich bin durch Aber ich hab so böse Ruckler drin Warte mal, geht's grad wieder? Ich brauch unbedingt Oh, da hat's schon eine, warte mal wie Na, bei mir hängt's, ist extrem Es ist unglaublich Puh, so, ich zeig dir, wie ich das mach Lass er leise, Zocki Dann kann ich das auch leise machen, Zocki Dann kann ich das auch leise machen, Zocki Sehr gut, Zocki Und ich hab solche Hänger drin, unglaublich Ah, wo ist die Tür? Bei dir! Hehehe Fuck you Fuck you Scheiße, warte Weg hier! Ich glaub, ich glaub irgendwie Mein Spieler, dass ich da blasen jetzt grad Er packt sich dafür so viel, dass ich Oh Oh, da kommt noch einer Oh, grüß dich! Warum verballern die eigentlich jetzt schon wieder die ganze Munition? Ja, stimmt eigentlich, vorn macht das Ja, aber komm, bei so vielen, was soll ich machen? Mit der Armbrust? Ja, ihr hätt's auch leise machen können Ja, mit der Armbrust, siehste, genau Leise scheiße Ja, komm, mein Spiel kreist grad überhaupt nicht Ich hab eine Vermutung, aber Was ist der? Aber die willst du nicht aussprechen, ne? Kokaina Ey, fuck, warte mal Ich muss ja Platz machen in meinem Inventar Da wird Bluten nicht lustig Oh, guck mal, hier ist auch noch ein dicker Hey, guck mal, ein dicker Oh nein, scheiße, das bin ich Und einer, der immer schneller unterwegs ist Hey, ein dicker, schneller, Mann Na, das bin ich Oh Das Fleisch, du meinst, oder so Ähm, ich hab das, da braucht man das aber nicht mit Oh, jetzt sind's schon drei Das kriegst du hin, oder Bartwood? Ich probier's grad mit Pfeil und Bogen Pfeil und Bogen ist Ey, cool Oh Oh, sind vier Hier Oh, die ist aber neu Die hab ich nicht gesehen, oder? Die ist Wer ist neu? Die Henrietta Die hat sich nicht angekündigt Die Henrietta Ja, aber jetzt mal richtig zwischen die Google-Crossen Oh, die Platte steht nach! Oh, aber wieso sie sich jetzt angelegt hat, schau mal, die präsentiert sich grad wichtig Na, mir verbiegst es sich ja einfach Echt, bei mir liegt sie gerade okay Bei mir liegt sie gerade okay Mh, 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 mh Die Ruckel ohne Ende Das finde ich gar nicht toll Aufmachen, Polizei Oh, fuck Oh, scheiße Was war das jetzt? Da war wirklich alle Da war wirklich alle Da war wirklich alle Oh, fuck Oh, fuck Eine schnelle Oh, ei Du bekommst es hin? Hinter meiner Tür befindet sich eine Überraschung Oh nein, hier ist eine grüne Henrietta Oh, fuck Gott, hier ist eine grüne Henrietta Ah, ich blute Boah, die rennen auch noch Aua Brennen doch Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg Irgendwie hör ich den Strom Oh, Alter Ja, ich auch Es ist oben Fuck Fuck, fuck, fuck Wo hab ich mein Scheiß verbannt? Okay, cool Komm, frech ich mich Oh, noch eine grüne Ich hab keine Monitierung mehr Oh, fuck es, Alter Irgendwas muss in dem Haus sein Ja, Strom Aber da sind ziemlich viele anscheinend Nein, in dem Ding, wo ich drin war, wo die rauskamen, die grünen, da muss doch irgendwas drin sein Ja, bei mir auch, bei mir waren auch viele auf einmal Und die scheiß Legs, also mit denen ist echt nicht einfach zum Schießen, weißt du? Ja Ich verliere nur einst du Ausdauer Ah, das ist das Anvisieren Ja, ja, du verlierst bei mir an dir so einen Ausdauer Ja, bei der Armbrust anvisieren, das kann ja nicht Ausdauer verbrauchen Was ist das für eine Armbristel, bitte? Ja, weil ich dich nach vorne beugst mit dem Kopf, weißt du? Ja, genau, und den Arschpacken zusammenkneift und mit bisschen durchzieht Bin ich mal gespannt, was da ist Bin ich mal gespannt, was da ist Wo ist mein Verband hin? Da war er eh Ich hab ihn einfach nicht gesehen Unglaublich Ich mein, in der da ist so geordnet Unglaublich So, wo bin ich denn gewesen? Ich möchte jetzt rein Ich möchte rein, da waren viele Da waren viele drin Oh, ich kann da sicher durchbrechen Oh, Munition Oh, hier sind irgendwelche komischen Maschinen, sag ich Komische Maschinen, das ist was für mich Aufmachen, Polizei Was ist da los? Oh, ich hab was zum Saafen gefunden Geil, Betsy Ich hab was zum Saafen gefunden Was ist das? Das ist nix Schauen wir mal kurz, ob es da unten durchgeht Oh ja Oh ja, ich hab das Geheimlabor von Ich hab die Betthöhle gefunden Bull Ich bin der übelste Typ hier Ich hab das Bettmobil Aber es sieht nicht mehr so gut aus Ah, okay Und Bett mit seiner Werkbank Oh ja, geil, oder? Da ist ne Luft Da ist ne Luft Oh Gott, Alter, wir haben hier Luftfiltermine, Luftfiltermine, Zocki Hilf mir, wir haben Luft im Raum Scheiße Werden wir jetzt sterben? Oh, was war das? Äh, hier ist so ein Automat Verdammt 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 Weil das Zeug eigentlich raus Weil man den loot hat? Ne, ne? Was hab ich hier? Du 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 Das ist das scheiß Hänger, was ich da grad hab, das ist so lästig Das? WOOOOOAH! JOKI! WOOOOOAH! 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 Was hast du gemacht jetzt? Ne Ich hab, ich hab in die Steckdose griff NICHT GUT NICHT GUT Oh Okay Ähm Da ist doch was dahinten, oder? Ja Oh! Bogen Ne Viererbogen Na, pass auf Auch ne Viererbogen Oh, ist gar ne Viererbogen Ich hab schon nen Viererbogen Ich bin der Schwarzenegger, ich hab nur nen Viererbogen Ich hab nen Viererbogen Ich hab nen Viererbogen im Zeugnis und ich hab nen Viererbogen, also bitte I'll be back Bristol spawnen, da muss das Bristol spawnen Was machst denn du da im Bett? Laufen Jetzt passen sie mal auf, Hüb Ich muss da irgendwie raufkommen Weil der muss doch irgendwie aufs Dachl raufgehen Rutschefix nur mal Da ist ein Rutschen Ich hab nen Spielplatz Du warst ja schon am ersten Stock, oder nicht? Naa, halt die Mauer, ich weiß nirgends Jetzt holen sie halt mal die Pappen, wenn ich renne, das ist ja unglaublich Oh, ich zerleg ein bisschen was, weil ich will nicht wieder ins Auto Ja Der Buhr ist unglaublich, gell Der Buhr ist ein Wahnsinn, du hörst ja keine Ahnung Aber ich kenn mich hier auch gar nicht aus, gell? Das ist schon ein bisschen komisch gebaut Das war mir schon klar, dass du keine Ahnung hast, gell Das ist ein bisschen komisch hier alles Du spielst das Spiel, ich guck mal so viel, ich spielst das das erste Mal Ja, und das immer wieder, gell? Ja Und der wehrend einfach nix dazu, der Buhr, ich mein Hallo? Ja, aber das liegt auch am Lehr-Hg Ja, genau Der Wappler der Irgendwie hab ich grad Spaß dran, so zu reden, und jetzt bleibt dabei Ich bin da schwar, ich bin da galuner Ich hab mir da jetzt ein paar Tabletten, naa, warte mal, ich muss mir von Brand reinhauen Draufpicken als Pflaster und alles ist gut, kannst du weitergehen, Pumpen Pumpen, Bruder! Hahahaha Ich weiß nicht, worüber du lachst, ich find das nicht lustig Ich find's lustig Wo ist's lauernd? Da, mach mal was denn jetzt? Die Axt ist da So, aber was hab ich da jetzt gemacht? Da! Irgendwie funkt, ich verliere immer was Warum verliere ich das? Ok, pass auf, ich werd das jetzt essen Ich hab's hier nur um Kleber Autsch, 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 Autsch Was hat denn der schon wieder da gemacht? Was machst du denn da? Ja, wie ist mir's auf dem Kopf gefallen? Ja, darum bist du gedeppert Ich hab mich schon gefragt, warum du so ein Trautl bist, aber jetzt weiß ich's Ja, du kriegst aus dem Solarkorn Strom raus Was? Den haben nur Eisen gegeben Was? Die Dinger auf dem Dach haben nur Eisen gegeben Du Scheiße, der Kind Oh, ich hör's denn Du meine, super Wie kriegen wir denn da jetzt? Ok, dann fahren wir heim Passt schon, wir fahren heim, komm runter da Magst du nicht ins andere Haus reinschauen? Nein, ich hab gesagt, wir müssen heim Nein Ich hab's in die Hosen, ist gegangen Ich brauch voll schön unterwegs Kiemen sie jetzt, fahren wir Ja, dann lecken wir ihn mal daheim Mein Blutz, geh weg da Du wirst dich fix, hab ich gesagt, schlägt dich Oh Gott Kann so nett sein Der fährt so ein Gerät und hat so ein Hupen, das kann ich mir nicht vorstellen Polizei, wiu wiu Ah, Spacadou Boxer zu reden, ich weiß nicht warum Fahrst nicht in die Furious Und los Ah, fahrst nicht in die Furious, ne Da fährst du aber ganz schnell in der Wüsten Na, was rätst du dann breckst du zusammen? War das die, wo wir rechts rein müssen? Nein, die wegste, glaube ich Ja, genau, genau Diese Rucklernerven So, der Plan ist eigentlich, wir wollten eigentlich die alte Bestie reparieren, weil die Hordnasche dann Und, ja Das ist halt der Plan gewesen, dass wir da schnell durchziehen Ja, überholt man drüber Aufpassen, eher ist der Schubs wieder so weg Aber das Geruckeln nervt wirklich Könnt's sein, dass vielleicht meine Faceplatte voll ist Ich hab die ganzen Days Gone Videos, World for Sea Videos und alles mögliche hier nach oben Könnt's sein Ja, das könnt's sein Die ganzen Spiele, die ich hab, die ich nicht spiele Ja, die hab ich auch alle drauf Ja Oder vielleicht liegt's wirklich am Spiel grad eben Ja, so ganz flüssig läuft's bei mir auch nicht Na, ich hab wirklich viele Ruckler drin Oder vielleicht, weil ich Hintergrund, äh, wird was runtergeladen Aktualisiert und so, ne Das ist ne Möglichkeit, ja Das könnte so auch sein Jetzt hängt's komplett aus, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's wieder Jetzt wurde ich zurückgesetzt Ha, ha, ha Wo warst denn du hin? Wieso? Du stehst bei mir auf den Spikes Au Nein, tu ich aber nicht, du bist mir grad hinten rein gefahren Na, du, gar nicht Doch, bist du aber Na, gar nicht, ja Hey, aufzumulieren, einfach einmal Es kommt an der Zeit Ähm, hab ich das ganz zufällig einstecken? Ja Egal Super, okay, warte mal, ich müsste noch Uh, das ist komplett weg Müsste ich sowieso noch einen neuen Bahn Da müsste ich wieder viele Spikes herstellen, ne? Viele, 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 viele Vielleicht muss ich gar keinen neuen Bahn Ah, scheiße, ah, das tut weh Ah, fuck, ah, das tut weh Nein, Bruder, das brennt, das brennt Vielleicht geht es sich auch so aus Ah, das tut schon wieder weh Das brennt so Das brennt so arg Das brennt so arg Das brennt so arg in Bristol Oh, fuck Jetzt habe ich es vernichtet Boah, diese Diese Hänger Das kannst du nicht spülen, so Okay Ah, schnell reparieren, was geht Die Mauer und so Ähm Warte, was für mich Nein, ich kann es nicht mitnehmen Und Blödsinn Ich habe keinen Platz im Inventar dafür Wir brauchen hier nicht großartig viel reparieren Einen Zahn Also den elektrischen Zahn Dann, äh Warte mal, was ich weiß gar nicht, was ich brauch Ich weiß gar nicht, was ich brauch Ja, ich kümmere mich erstmal um die Spikes Wie gesagt Oh, das muss ich verkaufen gehen, oder? Du, 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 du Wobei ich bring die AK schon mal runter in den Waffenschrank Wir müssen vielleicht dann auch schauen, was wir genau alles an Munition und so haben, ne? Die Munition Oh, warte, Scheiße Ah, ich habe kein Holz mehr, nur noch drei Ich kann noch kurz welches mitbringen, wenn du willst 120 Wäre vielleicht nicht verkehrt Oh, da fahre ich ein Stück, weil Hier ist schon kein Holz mehr mehr Oder wir haben so Oh, da ist doch gar noch eins Ganz egal Müssen wir mal alles nutzen, hier Halte mal Der bleibt bei mir, den habe ich gefunden, den werde ich saufen ganz alleine Was hast du gefunden? Nix Okay Brauche ich das eigentlich? Ich denke nicht Oder? Ja, das Nein, das wäre doch Das wäre doch So was hier Aber schaut gut aus oder schaut nicht gut aus Das muss ich sehen Also passt schon La 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 Babyboooon Bruder Tablettos Was haben wir hier rein? Oh, wir haben viermal Steroide Bruder, pumpen gehen Obwohl, für was ist denn das? Ach, scheiße Du, 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 du Ein bisschen Platz machen So, mein Holz ist Ich habe es gar nicht einschalten Will ich mir das ein oder habe ich gerade einen Zombie singen gehört? Das könnte möglich sein Die Typen haben es ein bisschen Wester Dude, dude, was war das? Mein Handy hat vibriert Rudis, ich muss kurz schauen Ganz wichtig Okay War nicht so wichtig So, lass mal gucken Gut, das heißt Der Zahn, also der elektrische Zahn muss stehen Die sind ja schön repariert Hier, glaube ich, haben wir Müsste ich noch ein paar platzieren Von den Spikes drinnen in der Mitte Dann müssten wir schauen, ob wir noch genug Sprit haben Oh, fuck Die Mauer gehört repariert Sprit sollten wir mehr als genug haben, oder? Nein, ich meine auch aufgetankt die Generatoren Achso Weißt du? Okay Und dann Ja, wir brauchen Munition Wo habe ich denn das jetzt? Wo habe ich denn das jetzt? Da Du, 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 du Oh ja, hier ist gut, oder? Hoffe ich halt Oh Gott Äh 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 Ja, komm, ja Oh ja, funktioniert Oh ja, funktioniert Bedutti, das funktioniert Super 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 Was mein Hammer Muss mein Hammer Äh 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 Ähm Das war falsch Das muss ich gar nicht reparieren Die sind cool anscheinend Äh, die sind anscheinend cool Okay Okay Der Zahn steht Der elektrische Okay Ich schau gerade mal Ich hab 1400 Holz Super Kannst gleich ein bisschen was in die Schmiede reinkloppen Ach ich Aber wir brauchen unbedingt Plan So, ich hab da Ebers einhängen Nein, ich hab das gar nicht einhängen Hab ich's im Auto? Ich hab extra was mitgenommen Dass ich's nicht produzieren muss Jaaaa Hä? Hä? Der ist mein Cheap hingestellt Äh Oh ja, da hab ich noch 150 Fleisch haben wir ja auch genug Wo hab ich's denn? Oh, hab ich's nicht mitgenommen? Doch seh ich's noch nicht normal Di, 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 di Wir brauchen noch Betonmischung Betonmischung Ah, verdammt, davon hätte ich auch was noch in der Basis gehabt Naja Ich weiß Also ich war, ich Ich war's fürs Licht so drauf Ich hab's nämlich auch dort lassen Da hab ich jetzt nicht mitdacht Bisschen Müssen halt herstellen Wir brauchen das dann sowieso auch für die andere Base Äh, warte, ich triss nicht dafür was hab ich's Hast du noch gut Sprit? Der ist fast leer Bruder Super Äh, hier hab ich was dran Hier hab ich nichts dran Okay, ich brauch Zement Aber dafür brauchen wir Holz Wir haben kein Holz Wir brauchen Holz in der Schmiede, Bruder Holz kann schon Aber schnell Aber schnell Oh, Stein haben wir nicht gut eingeschmolzen Das ist schlecht Wo hab ich's denn hier? Äh, ja, ohne Holz Ich bin da schon auf dem Weg Bei mir Ja, du hast ja zu lang Zeit Lieber nicht gewöhnt, dass du warten musst, ne? Nein Normalerweise hab ich immer ordentlich Holz einhängen, aber heute nicht Oh, Bruder So, bitte Super Super Auf deine Star kennen Aber hey Ich wusste, man kann nicht so viel von dir erwarten Bruder Da gibt's gar nix dazu, ne? Besser wär's, besser wär's Weil sonst gibt's Stagen Weil sonst gibt's Stagen Ich bin der Schwarzen, ey Wieso brennen hier Holzrahmen weg? In der Kuchel, hä? Oh, warte Oh, warte Was, oh, warte Was findest du denn in meiner Kiste schönes? Na, ich hab geschaut, ob ich Holz finde Oder in unserer Kiste Entschuldigung Ja, genau Ich hab Kohlebrocken, damit können wir wahrscheinlich nix anfangen Oh, ja Mit Kohlebrocken und Nitratpulver kriegen wir Schießpulver hin Ah, Kohlebrocken Also davon hab ich 200 noch was Soll ich die mal reintun? Wo reintun? Nein, nicht in die Schmiede Bist du blöd? Gib sie mir Stigung Also, hallo, ist los? Bist du blöd? Nein, ich nicht, du wolltest das ja reintun Da soll mal was in dem Spiel lernen, weißt du? Weil du so einen Lehrer hast, weißt du? So Jetzt mal dann schnauzen Okay, cool Ich hätte Eisenbruckstücke jede Menge Musst du auch nicht, ne? Achso Ich bin auch ein Held Ganz vergesse ich So, warte mal Jetzt ist die AK wieder Wir hatten doch noch AKs im Waffenschrank Ja, die hab ich zerlegt Ja, die waren Stufe 1, die hab ich halt zerlegt So, im Leben haben wir ja unendlich viel anscheinend Was ist mit Steinen? Hatten wir ja auch jede Menge Wo sind die hin? Hier Hatten wir auch noch Sand? Ja, wo, ja? Bestimmt, bestimmt Wenn nicht, dann muss ich schnell Sand herstellen Na, ich seh hier nix Na, warte mal, schauen wir mal in deiner Kiste nach Aber ich seh, über, ich überseh auch gern Sachen Aber ich seh grad nix hier Hier seh ich auch grad nix Schon mal hier mal Ryan, hast du Sand? Ja auch nicht, ne Ne nicht, okay Jede Menge Leben, Erde hält sich Ja, super, die haben wir auch So, warte mal Band hätte ich ne andere Basis auch wieder mehr Ja gut, na, ich geht schon, ich stell schon her Ich stell schon her Okay Auch hier hätt' man noch zinnnenz Die Waffen hab' ich soweit abgegeben und Munition Ähm, Schießbücher müsste ja auch gut unterwegs sein Obwohl Was für die Munitionsstämmerten her, welche Waffen benutzen wir am häufigsten? Uh, also bestens mit die AK, oder? Immer gewesen Ja, aber wir haben ja Wir haben, wie viele AKs Dinger haben wir jetzt da? 2 AKs hätten wir, eine müssen wir halt n bisschen reparieren Okay, das ist kein Problem, das kriegen wir hin Okay, gut, hier ist eine, wo ist die andere? Beide im selben müssten die drin sein Nein, war voll die Lüge Wir haben dann 3, opa, dann haben wir 3 Okay, warte, ich tu die ganz unten Ja gut, dann machen wir, dann machen wir 7 irgendwas Ähm, wo war's denn? 7, 62 184 krieg' ich hin Aber 334 hab' ich selbst noch im Inventar Hör mal einer geheimen Ding, ja Ja Gut, wir brauchen, wir brauchen Blei Das ist ganz wichtig Das ist ganz wichtig Ich bin am verdursten die ganze Zeit Aber nur AK ist ja auch schlecht, oder? Die werde ich jetzt zerlegen Was könnten wir hier noch? Wir haben so viele Waffen Der Viererbogen hier Wir könnten Wir könnten Wir brauchen ja eigentlich nicht so viele Waffen, hm? Ja Also mit ist die Pistole auf alle Fälle Ja, also aufs Jagdgewehr, das ist das auf was ich verzichte, muss ich sagen Weil immer der eine Schuss und lange nachladen ist nicht so meins Finde ich auch Okay, gut Ich zerleg' die Jagdgewehre Weil dann kriegen wir ordentlich Munition raus Für die Hordnacht Wir weh' eh so viele Ich hätte hier noch einen Blutbeutel, den ich da zulegen kann Zu den anderen So viel krieg' ich aber nicht Na komm Mach'n bisschen schneller Wow, einen Schuss hab' ich gekriegt, ja Oh nee, die Jagdgewehr geben ja nur einen Schuss Weil mehr ist ja nicht im Magazin Ah fuck, stimmt's Gut, das wird sogar gar nichts geben Na gut, dann lass' ich immer mein Level 6er Jagdgewehr Lass' ich aber Da hab' man nämlich 2 von Eins könnte eine Bibel reparieren Level 4er heben wir sich auch vielleicht auf Das eine Level 5 von Maschinenpistole, die snack' ich mir Schau' wir mal zerlegen Ja, die geben nur einen Schuss Ja Die mechanischen Teile sind halt dann Cool, aber das war's auch schon Gut, dann ähm Wir müssen das schön aussortieren Irgendwie Wir haben hier Level 4er und Level 5er Pistole Nochmal ein Level 4er Oh, wenn ich noch einen Level 4er Pistole hab' Ja, wir brauchen auch nicht Zig Pistole, ne? Ja Weil Hat Level 4er Schotti durch da hin Und Level 4er Pistole So hat jeder 2 Pistole Falls eine kaputt geht, nehmt er die andere, ne? Dann hab' ich hier Level Also 2x 6er Jagdgewehr 1x 4er Haben wir noch ein 4er Jagdgewehr? Oh, das war jetzt selber, hoppala Eigentlich Ui, ich kann mir das ja selbst auch herstellen Das ist kein Thema Ich kann Waffen auch herstellen Oder? So ein Jagdgewehr könnte ich herstellen Maschinenpistole könnte ich herstellen Kostet nicht mal viel Oder eine gute Pistole für jeden eine gute Pistole 10,5 Das haben wir Kleber Habe ich genug anstecken, ganz zufällig Pass auf, ich mach' für jeden eine gute Pistole, oder? Also ich hab' eine 5er Pistole einstecken Aber vielleicht kriegst du dann eine 6er Ok, gut Wie viel brauch' ich davon jetzt, da? Oh, das ist doch klar, Ackner Mensch Was war noch? Hier, glaub' ich Och, das war zu viel, oder? Egal, wir werden sehen, wir werden sehen Pistole, zweimal Pistole, zack Wird hergestellt, dauert nicht lange Weil dann zerlege ich die Pistole da drinnen und dann haben wir Munition Hm, Maschinenpistole hebe ich vielleicht auf Warte, eine 3er Pistole Ah, zerlegen wir, zerlegen wir Wir könnten das auch verkaufen, aber wir zerlegen's Ups Wir haben die Zeit nicht Wir können uns leider, gerade leider nicht so viel Munition herstellen, darum müssen wir Waffen zerlegen Aber wir finden eh Unmengen Aber die horten auch das eh erst in der kommenden Nacht, oder? Ja Naja, 35 war's, ne? Komm' Äh Stop's Wir finden aber eh immer Unmengen von Pistolen, ich hab' schon uh viele unterwegs zerlegt Die lass' ich eh, die guten da, falls unsere kaputt gehen, damit wir dann noch eine haben Also du sagst du hast ne 5er Pistole Ja Dann snack' ich mir die eine 5er Pistole auch Dann haben wir hier 3x4er lass' ich für uns Oder? Ich überleg' nur gerade, ob ich nicht ein Reparaturset ähm Bei der letzten Hortennacht ist mir nämlich eine Pistole schon kaputt gegangen Das waren die Ja, die müssen wir dann bei der Hortennacht natürlich auch im Inventar haben, so Reparatursets Schotty werden wir eh nicht verwenden, weil wir brauchen die Schotty Munition fürs Geschütz Ich hab' eh nur noch, äh, 10 Stück Dann muss ich welche herstellen Dann muss ich welche herstellen, Bruder So cool, ich habe jetzt äh 338 Pistole Munition Plus Na wir haben da so viel, hey warte mal Passt Machen wir das so Plus dann so Check Check So, da haben wir uns das schön gerecht auf Passt 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 doch So, Schotty Munition brauchen wir Moment Mehr hab' ich nicht rausgekriegt Das ist jetzt aber nicht viel Das ist jetzt aber nicht viel Ich kann noch Schotty Munition herstellen Wir brauchen, wir können ja auch Schotties verwenden Ich glaube ich kann mehr Schottty Munition herstellen als alle anderen Oder? Oder? Nein, stimmt gar nicht, voll die Lüge Tss, voll die Lüge Wir brauchen unbedingt 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 bla Wo kriegt man denn noch schnell bla her, YouTube? Ja, vielleicht können sie es bis zum nächsten Video verraten, ne? Das wäre super Das wäre supi Supi wäre das So, 44 Ich glaube zum reparieren Nein Wurscht, ich mach jetzt mal Platz in meinem Inventar Das nervt So Bruder, Bruder, Bruder Ah Ähm Lass ich noch da Das bleibt bei mir Das bleibt auch bei mir drin Mein Moped lass ich jetzt permanent im Inventar, falls ich sterben sollte Ist eigentlich wurscht, ich könnte es Ey, wieso? Wir kommen doch eh hier raus Nein, hier nicht Andere Base Ey, wir sind doch die letzten Male doch auch hier rausgekriegt Ah ne, stimmt ja Wir haben unsere Matratzen ja bei unserer Baustelle liegen lassen, ne? Naja, stimmt Ähm Bedeutet, wenn ich das meiner Mama sage Die wird mich so in den Arsch treten Ding, wo die Unglaublich Ich werde sie gar nicht vorstellen Achso, warte, das wollte ich ja gar nicht 26 habe ich, die hare ich aber oben rein Die tue ich halt weg So viel kann ich eh nicht Ähm Irgendwie bin ich durcheinander Irgendwie bin ich durcheinander Irgendwie bin ich durcheinander Ich glaube das brauche ich gerade nicht Die, 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 die wir brauchen glaube ich auch noch Stacheldraht kann das sein wir haben da ziemlich viel weg kloppt ja das kann auch gut sein oh was wir haben das gar nicht wir haben das nur so ein ding lassen ernsthaft glaube ich gar nicht die Mauer haben wir doch auf Maximum außer nicht Stahl aber Maximum Beton denke ich aufgewertet wieso kann ich dann noch aufwerten oder haben wir das nicht YouTube ich weiß gerade echt nicht oder haben die schon das weg gemacht und man hat nur ein bisschen was aufgebaut wieder ich weiß gerade echt nicht aber ich bin so langsam hier Aaaaah Stacheldraht ich bin gerade echt voll verwirrt weil ich nicht weiß was ich jetzt für die Nacht mitnehmen will nm aus was mache ich eigentlich so ein Schmelzofen als Schokolade du meinst du meinst äh du brauchst du brauchst ach wie heißt das jetzt da ein Blase bei also du brauchst hier hat ich weiß nicht schau mal Blasebike geh unter Rezepte da kannst du das eh sehen wieso repare ich den Bohnen wieder wohl ja ich bin auch grad ziemlich durcheinander ehrlich gesagt was mach ich jetzt das immer steigen die mir die Erde Blaseball kurzes Eisenrohr Eisenrohr Hettich habe ich hier und Blaseball aus dem Zocki natürlich ja du bist schon lustig bei Atmuth Atmuth denke ich mal uh ist ja lustig er hat als erweich nur leid gut okay die Bordelein okay das ist super voll Ich hab kein Holz zum Reparieren, das gibt's doch nicht. Ich hab schnell Holz. Beste, was ich meine hatte. Ich renne die Spikes, Ryan. Also aufgetankt hast du ja schon alles, ne? Ja, ich hab's nicht übertrieben, aber für die Hordnacht reicht's alle Male. Nee, der Zaki hat auch keinen Blaseball. Nein, für was? Haha. Du siehst du, als würdest du den einfach so finden. Oder oja, könnte man möglich sein, dass er irgendwo in einer Kiste ist, aber ist halt nicht ein Standard. Ich glaube aber, ich hab mal einen gefunden. Hm, die könnte ich gut an der Leitraum an Polis. Auch schon, ne? Das ist Sand. Die Frage ist, was ich Leder zusammenkriege. Irre. Zusamm, glaub ich, hätt ich sie schon irgendwo verteilt, aber ich weiß nicht wo. Ja, schonmal nicht, aber sie geht. Ah, ich sag das, ich sag das, ich sag das, Polis, ich hab'n Problem. Äh, gut, äh, sollen wir eigentlich die Aufnahme jetzt schonmal beenden, weil wir sind schon relativ lang, wo das gerade passiert eigentlich. Oh, ja voll, ich hab da gar nicht drauf gebracht jetzt, hä. Unglaublich. Wir sind unglaublich, Badwood. Gut, YouTube. Die Ruckelparty ist vorbei. Ja, hoffe, dass das beim Zocki das nächste Mal flüssiger läuft, ne? Und mal sehen, wie wir uns noch für die Hordennacht vorbereiten können, wenn die uns nicht jetzt doch in Nacht 34 überrascht. Was? Was? Ja, vielleicht haben wir uns verzählt. Wieso? Rechne mal, 35 plus. Ah, ne, ah, 28. 28. Ist 35. Ja, Mann. Die letzte Hordennacht war ja 28. Okay. Das weiß ich halt nicht, welche die letzte war. Wieso alle sieben Tage? Alle sieben Tage? Ja, ich hab ja nicht mitgezählt. Jetzt. 21. 28. 35. 42. Ist ja nicht zu schwer, Betsy. Komm. Ihr habt nicht mitgezählt. Der weiß nicht viel mitgezählt. Hat doch ein bisschen Schuhe. So, YouTube. Jetzt wisst's für Schatz. Betsy hat nicht mitgezählt. Selbstschuld? Dann stirbt er halt. Aber dafür hab ich ja meinen Zocki, der mich beschützt, gell? Absolut. Okay, Leute. Dann würd ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hol's rein. Tschüss. Ah, ja, tschüss. Ciao.